Ja dann, hallo und herzlich willkommen zu unserem Mediengespräch vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag beim FC Oberneuland. Bislang haben wir im Vorverkauf knapp 400 Karten absetzen können, aber wir rechnen mit 500 Anhängern in Oberneuland. Dieb mir dann auch schon direkt zu dir. Wie hat sich die Mannschaft diese Woche vorbereitet und wie sieht es auch beim Personal aus? Ja, zunächst einmal, glaube ich, haben wir den Sieg irgendwo ein bisschen genossen gegen einen sehr, sehr schweren Gegner wie Holstein Kiel. Haben das Spiel nochmal mit den Jungs analysiert, haben uns die Szenen angeguckt, die wir auch brauchten, um Schlüsse zu ziehen in guten wie auch in schlechten Situationen. Das haben wir gemacht und ich denke, dass dann auch das Spiel recht schnell abgehakt war und haben uns jetzt bisher in der Woche sehr, sehr gut vorbereitet auf Oberneuland. Freuen uns auf das Spiel im DFB-Pokal, was so ein bisschen zum Liga-Alltag meine Abwechslung ist, aber auch ein sehr, sehr interessanter Wettbewerb für uns ist insgesamt. Und von daher haben wir bis jetzt, denke ich, eine sehr, sehr gute Trainingswoche hinter uns gebracht. Erik Berkow hat viele Teile des Mannschaftstrainings schon absolvieren können, wird jetzt eigentlich fast bei 100 Prozent wieder und kann viele, viele Sachen schon mitmachen. Brain Manu hat jetzt leicht wieder Probleme gehabt, da muss man leider eine Stufe zurückgehen, was seinen Aufbau angeht. Felix Platte ist auch im Aufbau, sieht eigentlich auch ganz gut aus, ist jetzt im Lauftraining. Ja, und das, ansonsten haben wir, ja, eigentlich die Jungs so allesamt dabei. Dann? Ja. Matthias Ron sagt gar nicht irgendwie? Ja, Ron, sie warten wir noch ab, also ist die Diagnose noch nicht raus. Da warten wir jetzt gleich noch, was der Doktor sagt und dann werden wir mal schauen, was da ist. Ich denke, es ist was Muskuläres und da werden wir gleich die genaue Diagnose haben. Ist jetzt einer? Also, genau. Danke. Seit wann gibt es hier Mikros? Seit der Saison. Bei den anderen, wie sind so die Perspektiven? Also Erik Berkow fast 100 Prozent, heißt das, dass er eine Option ist schon für Oberneuland? Nein, das glaube ich nicht. Also, das käme auch zu früh. Wir wollen schauen, dass er eventuell, wenn das jetzt noch die Tage gut ist, vielleicht im Freundschaftsspiel am Montag ein paar Minuten spielen könnte, um da auch wieder das Gefühl für das Spiel zu bekommen. Aber er ist auf jeden Fall keine Option für das Pokalspiel. Okay, Platte und Manu auch nicht, denke ich mal. Und Honsack können sie noch nicht absehen oder eher unwahrscheinlich? Weiß ich nicht. Müssen wir gleich die Diagnose mal abwarten. Aber ich denke, dass es nicht in diese Richtung gehen wird, dass er einsetzbar ist. Okay. Gut. Wenn ich das Mikro gerade habe, dann gebe ich das jetzt nicht mehr her. Nein. Jetzt haben Sie ja zwei Torhüter unter der Woche geholt, aber Flo Striezel bleibt Nummer eins. Oder ist das ein offener Wettbewerb im Moment? Ich denke, dass der Flo auch jetzt im letzten Spiel unter Beweis gestellt hat, dass er auch ein sehr, sehr guter Torhüter ist. Das haben wir, glaube ich, auch von Anfang an betont. Wir sind auch froh, dass wir ihn bei uns haben. Und ich denke, dass er sich auch seine Chance verdient hat. Und die hat er, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Und von daher sehen wir da im Moment auch keine Veranlassung, da jetzt noch wieder was zu ändern auf dieser Position. Können Sie vielleicht noch ein oder zwei Sätze zu den beiden anderen Teutern sagen? Ja, ich denke, dass wir jetzt mit dem Igor, den wir, glaube ich, alle noch kennen, jemanden dazubekommen haben, der, denke ich, in der Vergangenheit den Verein auch schon lange kennt. Er hat auch seine Position auch letztes Jahr schon sehr, sehr gut ausgefüllt. Ist jemand, der immer 100 Prozent motiviert ist und der immer Bock hat zu trainieren und weiß auch um seine Situation. Bei dem Karl, von dem wir uns auch schon im Trainingslager von seinen Qualitäten überzeugen konnten, finde ich, ist es auch ein sehr, sehr guter Transfer. Ich denke, dass wir da einen guten Mann dazubekommen haben. Und man sieht ja auch, wie schnell es im Torwartbereich leider hier geht. Ja, ich hoffe, dass es jetzt die letzte Verletzung war. Und mir tut es auch für den Schuhe auch leid, weil ich finde, dass nicht nur der Flo, sondern auch er eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt haben. Ist leider jetzt so. Wir haben die Situation jetzt versucht, so zu lösen. Und von daher bin ich da absolut zufrieden, dass wir da auch so schnell zwei gute Torhüter für uns gewinnen konnten. Michael. Wie sehen Sie denn den Gegner Oberneuland und die ewige Frage vor solchen Pokalspielen? Wie schafft man es, dass die Jungs eben nicht die paar Prozent im Kopf weniger haben oder es so ein bisschen lockerer angehen? Weil man denkt, gegen so einen unterklassigen Gegner funktioniert das schon irgendwie. Ich habe während meiner aktiven Karriere viele Pokalspiele gespielt, auch gegen unterklassige Gegner. Gott sei Dank hatte ich nie das Gefühl, nach dem Spiel zu verlieren oder gegen unterklassige Gegner mal rauszufliegen. Und von daher weiß ich auch, worauf es ankommt. Ich denke, der FC Oberneuland hat eine Chance, wenn man es einfach so sieht. Das ist, dass wir einfach diesen Gegner unterschätzen. Und das wird auf keinen Fall der Fall sein. Ich denke, sie haben letzte Saison eine sehr, sehr gute Saison gespielt, sind nur knapp am Aufstieg gescheitert, waren an der zweiten Position, haben die meisten Tore geschossen, haben mit Jobe und mit Usu und ich glaube über 65 Tore geschossen in der Liga. Alleine diese beiden Spieler. Und das sind brandgefährliche Jungs, vor allen Dingen auch im Umschaltspiel, die auch wissen, wo das Tor steht. Und ja, wir werden uns 100% auf den Gegner genauso vorbereiten wie auf Holstein-Kiel und auch den HSV, weil das auch ein wichtiger Wettbewerb ist für uns. Und wir werden die bestmögliche Mannschaft auf den Platz stellen, damit wir dann auch eine Runde weiterkommen. Und das ist ganz klar unser großes Ziel. Frank, oder nee? Dann Ingrid. Wird es dann etwas offensiver ausgerichtet sein gegen den Gegner? Ja, das ist immer so auf dem Papier. Unterklassiger Gegner kann man auch offensiver spielen. Ich denke, wir werden mehr Ballbesitz haben, als es vielleicht in den letzten Spielen der Fall war. Man weiß aber nicht, mit was für einer Strategie der gegnerische Trainer an die Sache rangeht. Wir werden natürlich vor der Herausforderung stehen, auch Torchancen kreieren zu müssen. Und auch selber das Spiel machen zu müssen. Darauf können wir uns, glaube ich, irgendwo einstellen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir schauen, dass auch wir eine gute Absicherung haben und eine gute Restverteidigung haben, auch im Spiel mit dem Ball. Denn sie haben sehr, sehr gute Konterspieler. Habe ich ja gerade schon erwähnt. Vor allem auch mit Jobe, einen sehr, sehr starken und sehr, sehr schnellen Spieler. Und da müssen wir immer auch ein Auge werfen, wie sind wir als Mannschaft positioniert. Aber es ist natürlich klar, dass wir den Anspruch haben, gegen so einen Gegner auch Torchancen zu kreieren und auch Tore zu erzielen. Und es wird darauf einkommen, wie wir im Spiel drin sind, wie wir auch den Gegner sofort bespielen. Und wir wollen da sofort 100 Prozent geben. Aber da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass wir dann auch die Tore erzielen, die wir auch brauchen, um weiterzukommen. Wird es denn auch personelle Änderungen geben im Vergleich zum letzten Spiel? Das war jetzt eigentlich so gemeint, diese offensivere Ausstellung vielleicht. Wenn Sie was verraten wollen. Und zweite Frage, damit ich das Ding nicht dauernd hin und her tun muss. Wer ist denn der Elferkiller, wenn es nötig ist von den Torhütern? Ja, also zunächst einmal zu der ersten Frage. Es ist ja jetzt für uns kein Wettbewerb, um irgendwas auszuprobieren, sondern wir wollen die bestmögliche Mannschaft auf den Platz stellen und werden da versuchen, auch nochmal ein, zwei Sachen auszuprobieren. Auch gegen Gegner, der natürlich da versucht, auch so lange wie möglich, wahrscheinlich die Null zu halten. Und ja, deshalb werden wir jetzt die Tage nochmal was ausprobieren. Ich kann jetzt natürlich nicht verraten, wer wo irgendwo spielen wird. Ich glaube, da werden wir uns am Wochenende alle davon überzeugen können. Und was das Elfmeterschießen angeht, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Aber im Pokal ist alles möglich. Es wird ein Pokalfight werden. Und wenn es so weit kommen sollte, haben wir auf jeden Fall mit dem Flohstritzel auch jemanden, der auch, glaube ich, sehr, sehr gut gewappelt ist, was sowas angeht. Weitere Fragen gibt es offenbar nicht. Dann danke, vollkommen und bis Sonntag.